Hier, Wodka, Connecting People und so. Jetzt rennt der wieder weg. Was, was? Ich will dir was in den Rücken stecken, bleib stehen. Ekelig. Boah, hast du die alle einzeln aufgesammelt? Nein, hab ich nicht. Du bist ja geil. Ich weiß nicht, wie man die zusammen macht. Halt die einfach auf den anderen Stuppi drauf. Geht nicht. Doch, das geht. Oh, jetzt baue mir die nicht alle einzeln da rein. Das geht nicht, Mann. Siehst du, das geht nicht. Ja, du musst sie auch vom Boden aufheben und dann auf ein schon benutztes Rack stecken. Oh, ja, sag das doch. Wenn du sie einmal so einzeln in den Rucksack gesteckt hast, dann ist Feierabend. Musst du bei mir auch sagen. Hab ich jetzt. Ich kenne mich ja mit der Mechanik nicht so aus. Aha. Hier noch grün unterm Helm. Aber ohne Scheiß, als ich dir das Foto geschickt habe bei Robocraft, das war schon geil, ne? Das war wirklich ziemlich scharf. Party. Kann ich das eigentlich auch im Sprung aktivieren, den Party-Modus? Was? Tatsache. Wie geil ist das denn? Warte mal, komm mal her. Ich bin schon runtergerutscht. Ich bin immer noch am Rutschen. Rutsch mir einfach hinterher. Oh, scheiße. Ich bin zu weit gerutscht. Du kannst jubelnd angesprochen, komm, guck dir das an. Oh, verdammt. Warte. Warte. Feiern. Party-Modus. Jawoll. Dafür hab ich jetzt auch mal schön den Schaden eingesteckt. Das war es wert. So, ich will hier hochsliden. Es war doch hier, oder? Es war ja hier. Das ist richtig. Gut. Da, 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 da. Was war das denn? Ich weiß nicht. Hier ist noch so eine Leuchtemurmel. Ja, ja, aber wenn die nichts bringen, dann einen dicken Haufen drauf, wa? Und noch so ein Raumschiff. Ganz viel Laterit. Warte mal, geht's hier noch tiefer? Aber wir wollen ja keinen Laterit mehr. Wir wollen ja jetzt Malachit. Alter, Junge, hier geht's noch tiefer. Ich glaub, ich bleib mal besser bei dir. Wir sind gleich einmal durch. Ey! Ja. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, aber... Ich hab jetzt wieder so einen Klumpatsch gefunden, am Ende einer Höhle. Ah. Wo bist du denn? Ich komm grad wieder hoch. Da ging's grad noch einen Gang tiefer, aber den hab ich abgegrast, weil ich dachte, da ist wieder am Ende so ein Astronaut, der verunglückt ist, aber da war einfach nur so ein Popel hier. Hm. Warte mal. Also ich weiß nicht, ob sich der Lot mitzunehmen will. Ich will nicht mehr. Ha! Malachit! Nee. Doch. Ein riesiges Feld. Ja gut. Riesig mag vielleicht ein bisschen übertrieben sein, aber... Ein ausreichend großes Feld. Ja, hier fallen Forschungsdinger von Wimmel. Hä? Wo kommt das Ding her? Hast du unter einer Pflanze durchgegraben oder was? Nee, es ist einfach aus der Decke gefallen. Höh! Jetzt schwebt es neben mir. Ach, hier kriegt man ganz gut Malachit raus. Ja, hier ist schon wieder was vom Ding ist gefallen. Hier ist schon wieder ein Forschungsding von Wimmel gefallen. Alter, wir kriegen ja auch immer Forschungsdinger hingeschmissen. Kann sein, dass es draußen stürmt. Und ich höre hier so ein dumpfes Zischen. Und dann fallen die mehrere so mecharticke Höhlen decken. Volling ganz. Malachit zu finden ist voll gemein, weil das sieht genauso aus wie diese normalen grünen Stalaktiten... Äh, Stalatmieten. So. Ja, meine Tethers sind schon wieder alle. Aber ich habe... Drei... Drei... Einen... Höh! 99 Hundertstel Malachit. Verreckt. Wirklich? Pilz oder was? Ja, Piksepilz. Weißt du, das wäre zu vermeiden gewesen. Weiß. Das tut mir leid. Unglaublich. Ja, das kommt mir immer rein. Ich komme wieder. Gut. Muss ich deinen Rucksack suchen gehen oder findest du den selber? Findest du den selber. Gut. Musst du deinen Rucksack suchen gehen? Nein, ich bin ja nicht gestorben. Gut, gut. Oh. Gut zu wissen. Jetzt geh doch da hoch. Mein Gott. Vor allen Dingen, ich sehe gerade, du musst eigentlich gar nichts dafür machen, wenn du Tethers aufsammelst und gehst mit der Maus einfach nur in die Nähe deines Rucksacks. Dann steckt er dir das schon automatisch auf ein gefülltes Rack. Nö, bei mir nicht. Was sagst du jetzt? Glaube ich nicht. War aber so. Sprühe den Stream zurück. Kann ich nicht. Tja, musst du mal warten, aber ich habe die Wahl erzählt. Höh! Alter! Verreckt? Nein, aber fast. Komm mal bitte hier hin. Ich bin auf dem Weg. Ich steige zu dir. Boah, ist das räudig. Hahaha. Das ist ja richtig übel. Das ist ganz schön tief. Das ist, was sie gesagt hat. Aha. In der Tat, in der Tat. So ist das. Äh, wo bist du? Äh, hier. Hier. Gut. Hier. Komm mal mit. So, ich wollte gerade hier lang gehen. Und stopp. Ich sage extra stopp. Weil jetzt guck mal vorsichtig die Kante runter. Oh. Geeksefächer. Da fällt sie voll in die Kackteile rein. Wie ein Kackkaktus. So, und was ich jetzt hier nämlich erstmal mache, ist, äh, ein Geländer. Forschungsobjekt gefunden. Oh, ich habe gerade jetzt viel verschoben. Moment. Ja, sammel du mal weiter Forschungsobjekte. Ich gucke nach Malachit. Ich glaube, im Moment, was ist das passiert? Ne, Alexa, ruf nicht Eva an. Lass es sein. Was? Alter, bei mir hat sich gerade der Ton wieder angestellt. Oh, ich bin gestoppt. Schnauze. Ey, Robin, du baust ja wohl Terras jetzt runter, oder? Ne. Ich habe doch gesagt, ich suche Malachit. Komm, sieh, ich suche Malachit. Ich muss meins. Oh, Malachit. Du bist Malachit. Das ist voll viel. Ich muss mein Stream gerade reparieren. Warte mal. Moment. Moment. Ja, ich warte, während ich Malachit aufsammle. Da wird er plötzlich immer leiser. Ne, ich bin noch da. Achso. Oh, nein. Alexa, ruf irgendwen an. Ich glaube, es fackt ja wohl. So. Was, was für Alexa? Ja, die Werbung ging gerade an. Da war Alexa, ruf irgendwen an. Und ich sage, Alexa, ruf nirgendwo an. So, jetzt sind wir wieder da. Alles klar, alles gut, alles easy. Ich habe wieder so eine 6000er Space Machine gewonnen. Alles klar. Geht voll ab. Ich habe jetzt 246 Malachit. Sehr gut. Wofür brauchen wir das nochmal? Nein! Alles gut. Malachit ist Kupfer. Mach sie immer in der Panik. Junge. So, jetzt sind wir gar nicht weg. So, ich gehe da raus, ne? Ja, ich will noch mein Zeug. Dann komme ich mit. Dein Zeug? Achso. Ja, meine Lampe und so. Ja, dann hol dein Zeug. Ja. Du kannst schon mal die... Ach, ich habe sieben Malachit sogar. ...die 6000 Forschung mitnehmen. Wenn das nicht zu viel ausmacht. Schwierig, ehrlich gesagt. Weil ich habe schon was in der Hand, was ich tragen muss. Andererseits ist es nur Energie. Wow. Was ich tragen muss? Ja? Weißt du was? Wer willst du eigentlich verarschen? Ja, aber auch Energie ist wichtig für die Base im Moment. Ja, ich habe die Forschung mitgenommen. Dann trag du die Energie wenigstens. Ey, meine Lampe ist kaputt. Wie? Du hast die weggeschmissen. Du hast die nicht von deiner Leiche wiedergeholt, du oller Verschwender. Ja, habe ich. Aber die ist nicht an. Guck beim Stream. Die ist schwarz. Hast du keine Energie mehr? Mein Rucksack ist doch voll. Steck die nochmal dran. Hä? Hä? Ich habe die Lampe nicht an. Gibt es eine Taste, womit man die ausmachen kann oder so? L, K, M, N, B, Alt, R4. Keine Ahnung. A für Hupe. Nein, A für Außenansicht. Ja, A für... Ah ja, stimmt. Z, T, R, E. Oh, E, weil du es hast. Q, A, S, D. Boah, Alter. Irgendwann müssen wir mal dieses Loch zumachen. Ich bin da schon wieder fast runtergefallen. Ja, geil. Das hält dich wenigstens wach. Naja, geht so. Eigentlich habe ich ja die Hände schon voll. Was nimmst du mit? Energie. Ja, aber wir brauchen die wirklich. Ich habe ja jetzt die Forschung mitgenommen. Ist ja alles gut. Ich kann ja Energie noch im Wurzeln mitnehmen. Wie wär's denn nun der Idee? Ja, wenn du noch Platz im Rucksack hast. Ich nehme mich nicht. Mein Rucksack ist nicht komplett leer, du Eumel. Ja, dann mach das. Warum bist du eigentlich mit einem leeren Rucksack, äh... Ich bin verreckt. Ach, ja, stimmt. Mann. Schon wieder ganz vergessen. Hast du deine Leiche mittlerweile wiedergefunden? Alter, ich habe doch gerade gesagt, meine Lampe geht nicht. Ja, aber warum ist dein Rucksack dann immer noch leer? Ich hatte nur eine Lampe. Achso. Und eine Turbine. Ja, gut. Alles, was du dann brauchst. Weil ich nach Wichtlichen Sachen gesucht habe. War eigentlich im Erkundungsmodus. Okay, oh, wir haben den Sturm verpasst. Ja, wobei... Nein, meine Lampe ist plötzlich wieder angegangen. Guck's dir an. Was? Ja, guck's dir an. Hä, was? Ich habe keine Ahnung. Hast du einen Wackelkontakt im Rucksack, oder was? Ich glaube, die hat einen Tag-Nacht-Rhythmus. Mach mal an, es ist dunkel. Alles klar. Hat die gerade nicht gejuckt. Krass. Naja. Geht anscheinend wieder. Voll crazy, ey. Crazy, was auf der Feld ist.